Applaus Musik Hier sieht man, dass man mit der Branden kennen kann. All das ist ein Fahrersort der Pfanne. Im Moment aber, wenn man hier loscht, man muss vorsichtig und nicht mal wirklich lösen können. Hier ist natürlich der Rettstück von den Löschmonitoren in der Wand. Das wird sich dann mit dem Fahrrad immer wieder ausziehen. Die ersten Löscherfolge stellen für ihn. Wir müssen schon den Armblöschen arbeiten. Wir haben durch den Staden Branden-Hasen gelegt, kein Sekundenflug gehen. Und den Gehüter brennt im Oberhahn der Dachstuhl. Wir müssen gerade noch rechnen können, einen Anruf absetzen und den Hotelpest in die Reihe bringen. Und der wird jetzt auch vier Jahre tot schon. Oder wie vier Jahre auch. Der Hotelpest hat ja schon auflegen können. Das ist aber ein interessanterer Verkehrshauber. 15 Uhr, so am Sprengerbecken. Halbentist, der Sehnerbretterstreufer machen sich auf der Werkzeuge unnütztständig. Übergeben, ich brauche das Löscher. A. Das ist ja zum himken. Alles genau, ich brauche das Reise. Und ich brauche das, aber wir können also, das ist ein kleiner Kurs, in der Osserstation,